So, Thomas hatte vor einer halben Minute einen Überbiss, also ich spreche jetzt nicht als ein Zahnarzt, das ist jetzt hier. Sergio beruhigt sich nicht. Ihr kriegt gar keine Stuhl zurück, der geht nur. Super. Ja, ich weiß, ich weiß. Das scheint ein ganz Guter zu sein. Was? Ja. Und ist auch eine gute Rolle für pennen, ne? Eine gute? Gefahr. Ja. Ist immer noch dabei, Jens. Nein, hier, du. Nein, nein, nein. Hat er nicht gehört. Soll ich nicht ein paar geile Fotos machen? Dann muss ich bei ihm hier durchs Bild latschen. Ich komme mir nicht hier an die Kamera. Oh, ja. Oh, ja. Der verlangt mir hier echt einiges ab, ne? Wenn du nur noch sabbeln kannst, kann es ja nicht so schlimm sein. Jetzt habe ich gerade meine... Wir haben gerade den Waffenstillstand geschlossen. Mhm. Heiliges Kanonenrohr. Das ist aber kein schlechter. Wie geil, ey. Hey. Oh, bist du ill, du. Haha. Mal. Woher am I? Haha. Haha. . Shin ... Ja. S